In Deutschland tragen wir den ganzen Tag Gliederhosen, trinken Bier und fahren alle mit Mercedes-Autos rum. In Holland essen wir nur Käse und fahren alle im Fahrrad. In Frankreich heißen wir alle Pierre oder Amélie. In Spanien sind wir Machos und laufen vor Stieren weg. In Italien essen wir den ganzen Tag Pizza und Pasta. In Griechenland sind wir scharf auf Geld und essen Düros. In Schweden produzieren wir unsere Möbel.